Heute laufen wir eine 1,6 Kilometer lange Strecke. Zwölf Stunden lang. Willkommen in den Pärnau! 4, 3, 2, 1, Lauf! Euch viel Erfolg, denkt dran, es ist ein langer, langer Weg, es geht zwölf Stunden durch Pärnau. 5, 3, 2, 1, Lauf! 6, 3, 2, 1, Lauf! Ja, 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 ja. Musik 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 Und das Scherste, was sie mir gesagt hat, sie hatte heute einfach nichts anderes vor. Wenn ich einfach nichts anderes vorhabe, laufe ich einfach mal 12 Stunden.